Heute sind alle auf das Internet angewiesen, aber was, wenn die Internetverbindung zu langsam ist und die kleinste Aktion Stunden dauert? Schnelles Internet wird Ihnen von zahlreichen Anbietern versprochen, ist aber oft technisch nicht möglich. Der ADSL-Anschluss zum Beispiel ist aufgrund seiner veralteten Technologie für größere Datenmengen ungeeignet. Oder LTE-Hybrid. Hier wird zusätzlich zu Ihrer Leitung das Funknetz hinzugezogen, doch wenn viele Nutzer gleichzeitig im Netz sind oder Sie schlechten Funkempfang haben, ist auch hier die Technik überfordert. Um auch fernab der Großstadt Highspeed-Internet bis zu 100 Mbit pro Sekunde nutzen zu können, schließt DNS-Net Sie an das eigene hochmoderne Glasfasernetz an. So genießen Sie Internet mit Lichtgeschwindigkeit bei garantierten Bandbreiten zu fairen Preisen. Endloses Surfen, ruckelfreies Online-Gaming und Filme in HD schauen, alles aus einer Leitung. Alles von DNS-Net. Informieren Sie sich jetzt über unsere Internetprodukte und Serviceleistungen.